Was willst du? Wo ist Frau Malzahn? Frau Malzahn wurde besiegt. Wer hat das gewagt? Zwei Lokomotivführer. Zwei Lokomotivführer? Es geht wieder los. Au, das müsst ihr sehen. Wir sind die wilde Drenze! Die wilde Dreizehn. Papa hat sie über alle Meere jagen lassen. Aber sie sind immer entkommen. Ich will endlich wissen, wo ich herkomme, Lissi. Und wer ich bin. Holen wir uns die wilde Dreizehn. Das ist eine hervorragende Idee. Das ist... Eine Meerjungfrau. Ich bin Susu Lapici. Bitte fort mit dem großen Kurumusch Magnetfelsen. Wo liegt das Problem genau? Dinn! Joao, das war knapp. Die Wilde Dreizehn! Halt dich fest! Ich muss mit Dren mitfahren. Du wirst mich nicht aufhalten. Rüste dein Schiff und streicht es in blauer Farbe. Der Wind wird euch leiten. So wirst du das Geheimnis deiner Herkunft erfahren. Ihr dürft nicht alles zerstören, was wir geschafft haben, jetzt wo wir dem Tier schon so nah sind. Ein Wasserwesen! Verschwinde, du hässliches Monstrum! Oh, danke für das Kompliment. Aber ich bin doch der Kapitän! Ich bin der Kapitän! Du hast es weit gebracht, Jim Knopf. Bleib jetzt nicht stehen. Nicht schlecht für zwei Lummerländer, was? Wenn ihr ständig Angst voreinander habt, dann könnt ihr ja niemals Freunde werden. Freunde? Ihr habt schließlich viel gemeinsam. Ach ja? Bitte? ich